So, willkommen zurück wieder bei Minecraft, let's play together Was, das ist Minecraft? Äh, ich weiß nicht Scheiße Ich dachte, man wird den zockt mit COD Wie, wir zocken kein COD? Nein, das ist Minecraft Wie, Minecraft? Ja, Minecraft Nein, du sagst, nicht dein Ernst Ja, wir haben noch falsche viele Spiele gekauft Aber, ich dachte, Minecraft war das mit einem Ballern und so Nee, ich muss ihn gebetet haben, das habe ich nie gedacht Wir müssen uns erst mal rauskommen, halt viele Sputpläne und so was Ich bin damit in dein Bett Scheiße, ich bin völlig falsch informiert hier Auf'n völlig falschen Dumpf Dumpf Ja, weil sie jetzt auch nicht mehr, was sie sagen soll Das ist ja, mhm Ja, gut, spielen wir es mal halt weiter Es bleibt ja nichts für sie noch Wir haben das Spiel jetzt gekauft Das ist halt so, dass man das nicht Jetzt mehr umauschen kann Beziehungsweise, das ist auch relativ witzig So, man hat die Qualität hier Ja, wir haben es Wir wollen jeden einzelnen Agripa Zeit, ein Slime Oh, er hat ein Slime, wann laufen die eigentliche Mann auf an? Oh, das ist ja Das ist ja noch eine Wildbahn So, heute sehen wir eine Wildbahn Wildbahn Wissler so stark Ey, was soll ich mal so machen? Mögliche Die Width Das Nö, was soll ich weiter gehen? Wissler Nö, bleibt vote Na, nö, ob Dasdle杯 tastes wenig sechsalend Qu situação Nö Ah, kann man auch Na, nein Ne Prozent die Euro ein Jahr und holten die Jürgen die die Prozent Prozent und seit aber auch der Bescheidung ja und und werden wir haben ein paar wir waren zumal ja hier oben das ist auch immer so glatt aber ich bin ein bisschen ständige auch hier wir war auch 4 Shredsworth cool ja und ich hättest dir auch eins machen können auch nicht so, das sollte vielleicht gut das kann ich nicht so geil hier, ich kippe ja noch ein Tastikon ich kippe mal aneinander und dann... ey, schau mal, was ist das denn? da ist meine Tastikon da lang ähm ich möchte nicht mehr Tastikon was ist das denn? was ist das denn? ne, du kannst, ich hab auch ne ähm, du kannst ja so ne Schilder machen und du kannst ja so ne Schilder machen Alter, du kannst ja ja, du kannst ja noch mal eine holst ja, oder was ist das denn? ja, ich kann ja noch mal eine holst boah, ich hasse das denn die Schilder hier ist doch auch so nicht eben ja, wie ist das denn? ach ja, wir müssen auch ein Brauchstand und was brauchst du für einen Brauchstand hier ist die Schilder, damit wir dann die Schilder machen können die Schilder machen ja, ich bin still ich bin keine Hälfte na na, da gibt's noch na, da gibt's noch die Schilder sind da die Schilder sind da die Schilder sind da die Schilder sind da die Menschen, die reden ein und sie die die beziehungsweise man hört die und man kriegt entweder einen Fasskreis wie bei wie bei uns wie bei nein, ich mein jetzt beim Team Spiel wenn man oben online ist ja, na geil guck, es ist Zeit für die Kinnis ich schaffe jetzt nur Hatschalk um meinen die großen frische Frisse zu haben lassen Sie doch vielleicht spielen Sie die die Schilder sind doch gerne und wenn Sie auch mal andere dran haben haben, die Sie auch mal die Schilder finden können nicht über Freude, Freude, Freude fliege Eier zu sind sondern auch mal hart zu Mut und das fühlen Sie weniger welcher Menschen schon wirklich glücklich ich fragt mir das doch das ist eigentlich komisch Minecraft Donald Trump zu spielen eigentlich ja schon aber ich komm da mit den schnell okay ich hab mich aber ich hab mich auch mal ich mach mir grad nicht einen Sampto wieso ich hab mich auch mal ich hab auch Freude ich hab mich auch schon die 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 nicht selber 1 das noch die die in die 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 heute aber die 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 richtig 沒有 die die der trinken tyr Ey, wir haben geklitten, wir müssen nennen, nein. Nein, die Türken sind immer sehr hilfsbereit aufs Feld. Wir wollen auf keinem auf die Küche geklitten. Also, die wird jemand über den Computer auf die Küche betreten. Ja, das arme Nemo. Das arme Nemo. Das arme Nemo. Der arme Nemo. Das arme Nemo, die leben, die verknaben. Oh, wir können's nicht mehr ausmachen, wir können's mal hoch. Wir hätten nur eine Klinik. Tobi, ganz stopp. Wow! Da ist jetzt frei. Ah, weiß nicht, wenn wir das nicht bauen sollen. Wir haben keinen Weizen. Wenn wir doch Weizen haben, wir haben keinen Rahmen. Schlaf es. Nur weil du impotent bist, kommt das nur einfach die Worte aus. Die Worte? Oder der Worte? Nicht der Worte. Wir müssen uns ja hier integrieren. Weil sonst werden wir rassistisch abgestempelt. Oder? Bleib bitte bei der Wahrheit. Ja, bitte bleib bei der Wahrheit. Wenn nicht die Wahrheit, die Wahrheit macht. Das macht das. Das macht das. Das macht das, was wir auch nicht machen. Was für die Opfer hören. Ein 데�o. Das ist ein Ratsch. Das war immer ein Leid. Das ist ein Ratsch. Das ist ein Ratsch. Es war echt nicht. Ich werde das noch nicht mehr sehen. Ich werde das noch nicht mehr sehen. Nein! 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 Was ist das? Ich habe mich nicht mehr gesehen. Hier weg. Bleib dein Firm. Du hast du bleib dein Firm. Nein, Aua! Ich bin die weg. Hör auf, ich bin keine Bäume. Hier, mach dich jetzt doch irgendwo. Da sind wir wieder da. Gut. Arschloch. Wow! Super Kartoffel-FArming! Vielen R этом! Alter, ich hab die ganze Setschen bei dir drinnen! Das war von mir, weil hier drinnen war, oder wie auch immer? Huch! Hast du die Sachen eigentlich, wenn die fertig sind? Was tut da deine Mutter drüber? Sind die fertig? Ja, die sind fertig. Äh, ich glaube, wir haben mehr was heißt. Äh, hier, ähm... Wir sind schon sehr ruhig. Ja, ich hab immer mehr, weil man ein bisschen mehr was hat. Ja! Ja, machen wir Brauchstand hier auch. Das ist ja auch, ähm... Mehr was Ziegel holen. Das sieht geil aus. Nee, ich muss nicht mehr sagen. Ja, weil ich so zum Scheiß. Ich hab den erst mal... Nein, ich meine, ich hab... Nein, ich meine, ich hab... Mehr was Ziegel treffen. Alter, ich mach mir keinen da. Das geht immer so weit über Augen. Ich baume den Turm. Waaaah! Ne, wenn... Die Opfer sind ganz breit und sie sind. Die Kliefer an allem, bevor man nicht kommt. Nein, zwar. Der Kopfvergaben. Ähm... Ja, ich weiß noch, wie die angefangen hat. Aber nein, ich hab's nicht gesehen. Ich hab immer als erstes einen Turm gebaut. Scheiße, ob es den ersten Haus macht. Die musste einfach, ähm... Ein Turm sein. Warum auch immer? Ja, ich hab eine Runde gestallert. Ich würde gerne mal wissen, wie die anderen Leute wieder aussieht. Ich hab's auch einfach mit einem Turm gebaut, damit einfach mit dem... Ich kriege die Nerven Tüder vor, damit sie geschützt werden. Ähm... Ab und an. Ab und an, Alter. Auf und ab. Ja, lass mich mal. Ja, lass mich mal. Dann... Lass mich mal wieder. Soll ich hier vorbekommen. Ja. Nee. Und dann... Ich hab's hier rum. Ich hab's hier nach oben. Ich hab's hier nach oben. Ist das irgendwie... Sieht das irgendwie komisch aus? Nee, eigentlich so nicht. Das war völlig normal. Ich hab's hier mal ein. Und ich hab's hier mal was auch gemacht. Mein Gott, ist so. Ich bin, so. Also ich hab' auf unten. Immer so am Anfang, wie ich hab' auf oben. Ich hab' nicht mal so auf gemacht. Ich hab' mich mal so auf gemacht. Ich hab' nicht mal so auf gemacht. Ich hab' die Therapeuten. Ich hab' den Therapeuten. Weil die Therapeuten höchst bei Wasshausproben sind. Ahh... ich glaube ich bin heute nicht da jetzt ja hab ich das gehört ich will mal kommen zu mir die ist schon mal so das ist von sonst als Sommer vorbei ja 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 ok wir werden gerade darauf die Miete wissen dass es wir und die Miete sind was wir jetzt eigentlich die gleiche aufmachen werden nach einer kurzen Pause dann wir lassen uns weiterlaufen ja klar, wir lassen uns weiterlaufen und wir können uns zuhören wie wir schmacken wir halten uns jetzt schmacken oder next me genau, wir machen ja mal, wir sind ja auch next me so so, bis jetzt so hin, jetzt so hin so, nach der Pause geht's dann nicht mehr ja, ich weil ich so umgehend schmink ich hab noch eine Risse vielleicht brauche ich jetzt auf eine Stelle die so tiefer die Knochen getroffen irgendwie auch weißt du was du hast zwei Knochen, kannst du wieder haben das sind ja nicht mehr wie viele hallo ja, stimmt hast du noch Schafe? ja, ich hab's nicht mehr nicht mehr und der Tag am durchsuchen ja, das ist aufgedrackt wir sehen uns hier dann noch mal die Knochen aufhören ja, die Knochen da ist es in Knochen und noch in Knochen Schau mal auf. Schau mal auf. So, ich mit meinem Diamanten-Snap. So. Allo, okay. Nice one. It's all amazing. Give it early. Mmm, you're tasting my bread. Ja, das ist ein Kunde, war so 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 sich. Oh, ich könnte euch gar nicht vorstellen. Hab ich grad, was hab ich denn gerade von mir genommen? Ich hab's nicht gekauft, was? Also verachtest du mir das nicht meine? Meine Schöne, ich hab's nicht gesehen. Hm, jetzt will ich. Man kann sehr deutlich wissen, auf was dieser Mannschaft ist. Ich glaube, er wird ein bisschen öffnen, wenn man sich nicht schüttelt. Ha 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 ha. Ich weiß eh. Hey. Hey, das ist ein Riesen-Bug. 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 What the hell? Ich drehe mich einmal um. Ich hab's wieder tausende von Tietern. Was hast du denn in meinem Haus? Schaut dir, ich schleif dich jetzt laut. Nooo. Es läuft los. Ja, genau. Ja, jetzt kann ich das her. Oh lord. Ja, ich würde mir jetzt mal sagen, wir machen mal nen Sportstopp. Bis gleich!